Herzlich willkommen zu einer neuen Folge PS-SpeicherTV. Ich bin für euch heute wieder unterwegs und zwar in der wunderschönen Stadt Bremen. Wir stehen kurz vor dem 1. Februar-Wochenende und jeder norddeutsche Fan klassischer Automobile oder klassischer Zweiräder hat diesen Termin rot im Kalender markiert, denn traditionsgemäß findet am 1. Februar-Wochenende die Bremen-Klassik-Motorshow statt. Dann strömen 45.000 Leute durch diese Hallen. Es gibt Autos zu sehen, es gibt Motorräder zu sehen, Automobilier, es gibt Ersatzteile zu kaufen, es gibt einen großen privaten Automarkt im Parkhaus. Aber auch wie im letzten Jahr bleiben in diesem Jahr die Hallen leer und die Messe fällt aus. Wobei ganz leer sind die Hallen nicht und ausfallen ist das falsche Wort, denn die Bremen-Klassik-Motorshow findet statt, online. Und was es da zu sehen gibt, das erklärt euch jetzt Frank Ruge. Hallo Frank. Moin Sascha. Moin. Erstmal alles Gute zur 20. Ausgabe der Bremen-Klassik-Motorshow. Sicherlich nicht so wie ihr das geplant habt und so wie ihr das erwartet habt, aber sag mal, was habt ihr vorbereitet für euer Online-Event? Ja, danke schön für den Glückwunsch. 20 Jahre stehen an. Wir haben jetzt ein 2-Stunden-Fernsehprogramm, kann man sagen, informativ, unterhaltend. Wir haben unsere Sonderschau in neue Formate gepackt. Es wird einmal das Thema Porsche-Killer geben. Da haben wir zu dem 911er, also Anfang der 70er Jahre, war ja sozusagen das Wettrüsten der PS. Da gab es eben zu sehen den Ford Cabri RS, den Commodore A GSE, den 02er Turbo, die den Porsche 911er das Leben schwer gemacht haben, wie wir wissen. Und das war ja zu einer Zeit, wo alle irgendwie das Beste rausgekitzelt haben aus dem Auto, um im 200-Stunden-Kilometer-Club mit dran teilzunehmen. Dann haben wir mit euch die Motorrad-Sonderschau. Wir wollten Großes machen. Wir haben jetzt, zeigen zwei Highlights. Wir zeigen zwei Paare, zwei Takter, vier Takter. Du kommst nachher doch darauf zu sprechen. Und wir haben ein neues Format, was wir gerne bei der Messe zeigen wollten. Und jetzt machen wir es in Groß und das wird unser roter Faden. Das ist die rote Liste der Allerweltsautos. Also Autos, die früher massenhaft gebaut wurden und die heute aber nicht mehr auf der Straße zu sehen sind, aus diversen Gründen. Ob das hier der R16 ist oder der Ascona oder der Ford Granada. Es gibt immer Gründe, warum gibt's die nicht mehr heute auf der Straße. Und das erklären wir in den zwei Stunden. Also Information, Unterhaltung und wir wollen einfach verdammt nochmal unser Jubiläum feiern mit dieser 20. Ausgabe. Du hast eben gesagt, wir haben ein Großes vorgehabt. Das stimmt, wir waren in diesem Jahr Partner der Messe Bremen. Seit 2014 ist der PS-Speicher dabei und ich habe das mal vor und überschlagen. Wir haben in diesem Zeitraum ungefähr 60, 70, 75 Fahrzeuge hier in Bremen gezeigt. Motorrad war und ist auch immer schon ein großer Schwerpunkt hier auf der Bremen Classic Motor Show gewesen. Ja, richtig. Und zwar von Anfang an. Wir haben die Messe gemacht für klassische Fahrzeuge und das war für uns immer Motorrad und Auto. Es waren am Anfang noch Lkw und Traktoren. Irgendwann sind wir so groß geworden, dass wir uns halt konzentrieren mussten. Es waren dann noch weniger Lkw, weniger Traktoren, aber die sind immer noch da. Aber Motorrad ist ein zentrales Thema. Wir haben eine eigene Motorradhalle und das seit 2003 haben wir diesen Schwerpunkt. Ja, dass wir dann irgendwann zusammenkommen ist auch klar. Vielleicht gibt's dann ja auch, ihr habt den PS-Speicher seit vielen Jahren schon in Betrieb und klar, dass wir da schon das eine und andere Mal zusammen gemacht haben. Eine eigene Sonderschau hatten wir in der Vergangenheit schon und wir haben sie diesmal nochmal. Interessanterweise finde ich, aus eurem Motorrad-Depot, wo sich echt so viele spannende Themen ergeben, wo wir das Thema Zweitakt-Viertakt gemacht haben. Vielen Dank, Frank. Zweitakt-Viertakt ist das richtige Stichwort. Über die Motorräder, die wir mitgebracht haben, spreche ich jetzt mit meinen Kollegen Andi Schwietzer. Andy, Frank Kruger hat's eben gesagt, wir hatten eigentlich Großes vor in diesem Jahr auf der Bremen Classic Motor Show. Eine eigene Motorrad-Sonderschau mit Fahrzeugen aus dem PS-Depot Motorrad. Zweitakt-Viertakt ist das Thema. Wir haben jetzt zwei Pärchen mitgebracht für das Online-Event. Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber. Ja, von den zehn Pärchen, die angedacht waren, haben wir vier Motorräder mit, zwei Pärchen. Diese typischen Glamrock-Bikes der 70er Jahre, die Honda CW 750, Platzhirsch im Bereich der Superbikes seit 1969. Dieses Motorrad ist eine relativ rare F1-Version. Honda hat das Motorrad 1975 modernisieren wollen. Das heißt, eine flache Tank-Sitzbank-Linie, weniger Chrom, ein 4-in-1-Auspuff und als zweitaktender Hauptkonkurrent, die Suzuki GT 750 GT, als Grand Tourismomotorrad der Hubraumstärkste. Zweitakter damals auf dem Markt, auch mit dem größten Gewicht, genauso schwer wie eine Viertakt-Honda. Durch die sehr, sehr üppige, barocke Ausstattung, alles auf den amerikanischen Markt getrimmt. Hohe Lenker, viel Fahrkomfort, viel Durchzug, viel Temperament und gleichzeitig als zweites Pärchen Motorräder der 50er Jahre aus Deutschland und Italien. Auch ganz, ganz typisch Hubräume 150, 175 Kubik für Leute, die mit dem Motorrad zur Arbeit fahren wollten, am Wochenende ins Grüne, wo ein Kleinwagen noch nicht erschwinglich war. Die Motorräder kommen beide aus Häusern, die sich jeweils einer Taktfrage ganz verschrieben hatten. Für beide Antriebsarten gibt es gute Argumente dafür und dagegen, so dass man gar nicht sagen kann, es gibt einen Besser oder einen Schlechter. Wir hätten das gern gezeigt und diskutiert, vielleicht haben wir an anderer Stelle noch mal Gelegenheit dazu. Andy, wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen. Du redest gleich noch mit Johannes Hübner über die technischen Finessen dieser Motorräder. Nur noch eine Sache, bist du eher der Zweitakt- oder eher der Viertakt-Freund? Obwohl ich selber tatsächlich mehr Viertakt-Motorräder meinen eigenen als Zweitakter, halte ich den Zweitakter eigentlich für das überlegene System. Leichter, einfacher, effizienter. Zweitakt oder Viertakt ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Beim Online-Stream der Bremen Classic Motor Show ist für jeden Geschmack etwas dabei. Also klickt rein am kommenden Samstag, dem 5. Februar von 16 bis 18 Uhr auf der Webseite der Bremen Classic Motor Show. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Donnerstag wieder. Musik 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 Vielen Dank.